Ich weiß nicht. Ja, und ich seh's gut. Ja, ich bin mir schlecht aus mit den Leuten. Ja, das ist... Vorher, das ist alles. Passt. Die Sportart ist hoch in der Luft. Das ist so für uns. Ja! Oh, das ist ja normal. Sehr nett. Die Fanny Sub Robots macht einen neuen Aufsatz. Der Nörter, wo Roboter verlässt, gerade die Hoppe ist. Jawohl. Das ist ein Punkt für die Nörter. Auch der Roboter von Fanny Sub Robots ist wieder am Spielfeld. Oh, gratuliere. Super. Da schaut nach welchen Punkten aus. Ja, Tänz. 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 Und wo haben wir die Fans von Fanny Sub Robots? Ja, Tänz. Es ist wieder ein neuer Aufbau bei der FUNNY SUP ROBOT. Unglaublich, was das Tief aufbaut und er hat ihn immer wieder wechselt. Denn wir haben hier der Gegner ganz sehr einfach probiert. Unglaublich effizient. Beide Röder sind wieder im Spielfeld. Es geht um den letzten Punkt, in den letzten 30 Sekunden. Unglaublich, Spaghet. Jetzt noch ein kräftiger Paar von allen. 30 Sekunden an Feuer. Wir lassen uns jetzt hier. 15 Sekunden und zählt wieder gemeinsam mit dem Rücken. 10 3 1 7 4 5 4 3 1 Und riesen Applaus, spielen wir weg. Das war's.